Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tozo mit einem neuen Let's Play angezockt, nämlich Amnesia. Ich bin da ein Neuling, ich kenne das Spiel nicht, das wurde mir von Changangu, also Big C empfohlen und Fantasy Game wollte auch, dass ich da mal kurz sterbe. Wir machen da ein Angezockt, soll recht gruselig sein und ich denke mal bis zum ersten Tod spielen wir das durch. Das dürfte ungefähr so, ja, 10 Videos lang sein und geben uns mal die Atmosphäre. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder beim ersten Video. Euer Tozo. Ciao.